So Leute, bevor das Video jetzt losgeht, nochmal Werbung in eigener Sache. Und zwar, ich habe jetzt noch einen Merch-Shop. Der Merch ist unten verlinkt. Und ja, schaut gerne mal vorbei und vielleicht noch was kaufen. Bis dann! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Foulscan! Und zwar war es der dritten Folge. Und leider muss ich euch was Trauriges sagen. Ja, Foulscan wird auf dem Platz über dem Steinbruch eingestellt. Das heißt, wir drehen über dem Steinbruch nichts mehr und bauen dort das Lager ab. Und heute suche ich mit euch einen neuen Platz für unser Foulscan. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich dann mal, wie das jetzt noch hier ausschaut. So Leute, also hier das ganze Holz haben wir irgendwann verbaut. Die Taster belastet das halt hier alles so. Ja, auf jeden Fall hier ist das ganze Holz. Hier ist mal der große Schalter gestanden. Da haben wir alles zerlegt. Bei mir tue ich heute noch zerlegen. Wir haben ja auch schon weitergebaut. Da habe ich, wenn die Taster gebaut, sollte eigentlich ein kleiner Schalter werden. Und da hinten ein Garten. Aber das wurde leider nichts. Ich weiß auch nicht warum. Hier wollte ich ein Beet abpflanzen. Aber auf jeden Fall, das war's. Mit dem Forstcamp hier oben am Steinbruch. Ich suche jetzt mit euch gemeinsam dann gleich noch eine Neustelle. Aber zuerst zeige ich euch, wie es das heißt Abpust. Und da hätte ich eine Bank hingebaut. Hier ist mein ganzes Holz, das ich in den letzten Mal gesammelt habe. Da wieder weggehe. Aber das erste Mal. Wir sehen uns dann, wenn ich ab Baurisa bis dann. So Leute, hier bin ich. Und jetzt fahre ich das alles ab. Let's go. Und jetzt fahre ich das alles ab. So Leute, ich habe jetzt alles abgebaut. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Alles und dann gehen wir einen neuen Platz suchen. Bis dann. Alles und dann. Jetzt schemed dich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ich will nicht, 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 ich will nicht Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So Leute, ich bin jetzt von da oben und runter gegangen und jetzt gehe ich den Weg hier entlang. Ich weiß nicht, wo er hinfällt, aber let's go. Okay, mal die hässliche Vorstraße hier entlang, die ist jetzt auch schon eine Vorstraße. Ja. Auf jeden Fall. Da, glaube ich, dass wir nicht hier sind. Und ja. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt ein bisschen weiter gegangen und ich glaube heute, also in dieser Folge werde ich nicht mehr die nächste Stelle für Forest Camp finden. Das mache ich dann in der vierten Folge. Ja. Da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Ich weiß, die kommen immer unregelmäßig, aber ich versuche jetzt regelmäßiger die Sachen zu bringen. Ja. Und das war jetzt ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann muss ich nur noch sagen. Bis dann. Bleibt schlau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.